Musik Na, schau mal, was ich im Keller gefunden habe. Drei Kisten voller Lego-Steine. Oh, cool! Lisa, mit dem bauen wir was. Ja! Gut, dann wünsche ich mal viel Spaß. Danke! Ich schiebe hier zuerst mal den Tisch zur Seite. Okay. Und wir nehmen mal deine Grundplätze zuerst. Okay. So, das ist doch gut. Ja! Dann bauen wir jetzt erstmal unten eine Reihe. Oh, und hier vorne lassen wir offen für die Tür. Ja! Geht's jetzt mal weiter. So, jetzt müssen wir hier noch Fenster einbauen. Ja! Oh, komm, jetzt bauen wir die Mauern noch so hoch, wie wir sind. Ja! Das ist richtig cool. Komm, jetzt bauen wir noch ein Dach. Ja! Dieser ist noch eine Platte. Okay, gut, ich mach sie hier hin. Wir können noch eine Wendeltreppe bauen. Oh, ja! Cool, dass wir jetzt auch noch eine Treppe haben. Ja, jetzt bauen wir draußen noch ein Geländer. Oh, ja! Oh, jetzt ist es fertig. Ja, komm, wir nehmen unsere Decken hier hoch. Ja, dann ist es ein bisschen gemütlicher. Diese Noten nerven nämlich. Oh, Kinder, ihr habt da was richtig cooles gebaut. Ja! Mama, kannst du mal reinkommen? Ich probier's mal. Hm, ja, ich glaub, das passt. Na, ich bin drin, aber ich kann nämlich da nicht aufrichten. Und ich kann auch nicht hochkommen. Ach, schade. Jesus, wir doch richtig cool, wenn wir darin schlafen könnten. Ja! Können wir Mama fragen? Okay. Mama, dürfen wir heute Nacht in dem Haus schlafen? Ja, das ist eine gute Idee. Das könnt ihr machen. Juhu! Du hast Mama gesagt, wir dürfen. Oh, ja! Am Abend. Kinder, liegt ihr bequem? Ja. Gut, dann gute Nacht. Ja, gute Nacht, Mama. Kinder, aufstehen. Es ist Morgen. Oh, hab ich gut geschlafen. Das war eine richtig coole Nacht. So für jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn da kommt, dann doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier könnt ihr jetzt noch weitere Videos von uns anschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.